So, dann gehen wir hier wieder raus. Oh. Komm, komm Junge. Zack. Oh, das war cool. Hofschlüssel. Sehr cool. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Wirtenträgern mit entsprechender Genehmigung besuchen werden. Hast du schon mal erzählt heute? So, ich heile mich kurz. Ich muss aber aufpassen, weil ich habe nicht viel Heilmittel. War das zwei Stück noch, deswegen muss ich da sehr vorsichtig sein. Ich sollte mehr abwehren. Mal schauen, was hier noch so rumliegt, weil bei solchen Spielen ist sehr viel versteckt. Scheint aber nicht so. Also gehen wir hier hoch. Torbos Hinrichtung ist also morgen, richtig? Ja, aber heute muss schon alles vorbereitet werden. Ey, was war's? Hilfe! Stirb! Friss meinen Stahl! Dreckskerl! Ja komm, komm, komm. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Es konnten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Sehr gut, so Zeug zum Mitnehmen ist immer sehr geil. Mh, alles zum Mitnehmen. Lecker, lecker. Essen und so. Kugeln. Naja, zwei Stück. So, Münzen. So, das Ding hab ich geöffnet. Oh. Hm. Du wirst bluten. So, zack, vor den Rücken, Junge. Wer hat geblutet? Ich. Also, wir müssen Munition sparen. Benutze ich jetzt gerade noch nicht, jetzt hole ich erstmal das Zeug. Ähm, J. Was bringt mir eigentlich dieses Essen? Verbesserungen. Munition, sechs, Pistole und Schwert. Okay. Schlüssel hab ich jetzt schon ein paar, Ressourcen. Essen tut mich, glaub ich, immer gleich wieder auffüllen. In dem Fall, äh, drücken wir hier mal. Zack. Ah, jetzt geht hier zu. Okay. Oh, schade. Dachte grad, das ist ein Munitionspäckchen. Das wär schon ziemlich krass. Aber ist leider nicht so. Und würde ich sagen, Tür öffnen. Äh, Bombe. Oh, 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 oh. Oh. War ein bisschen laut, ne? Aber, wir sind draußen. Schön. Aber das Ding ist oben. Springen. So, jetzt sind wir grad unter Wasser. Ist auch sehr gut, sehr geil gemacht. So, dann gehen wir jetzt mal hier durch. Ganz leise hier hoch. Oh, cool. Duschen, duschen. Ich durfte mich nicht duschen, so, während ich so gefoltert wurde. Ist klar, ne? Ich muss öfters C benutzen, zum Schleichen. Hätte ich manche umlegen können, ohne mich anzustrengen. Aber, so ist halt das Spiel, ne? Das Spielprinzip. Aber, ja. Scheiß drauf. Weiter geht's. Ähm, F? In die Kanalisation gehen. Ins Gefängnis von Cordwitch bleiben. In die Kanalisation gehen. Versteckte Verbündete haben dir die Flucht aus dem Gefängnis von Cordwitch ermöglicht. Wenn du den Fluss Warhaven erreicht kannst, wollen sie dir eine nächste Aufgabe... Wollen sie... Wollen einem helfen. Okay. So, jetzt sind wir mal hier durch. Kann ich das erzogen von Dunwell. Dunwell. Hat Kong eigentlich schon dieses Spiel Let's Played? Weil ich weiß es nämlich nicht, ne? Wie viele Leute hat er auf der Flucht getötet? Wer die Kaiserin umbringt, schädt sich wohl nicht um ein paar Wachen. Halt's Maul. Sieh dir das mal an. Hier unten war jemand. Vielleicht die Bottle Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut. Mit etwas Glück erwischt Korpo eine. Hast du Angst? Das ist Zirconia. Da leben nur Kaufleute und Hur. Die Kaiserin, die hier in der Kanalisation sind. Eine unserer Kontaktpersonen hat tiefer in der Kanalisation Waffen für sie versteckt. Holen Sie sich die Ausrüstungsgegenstände und suchen Sie Samuel auf. Der sich am Ausgang dieses Tunnels am Fluss aufhält. Ein Freund, den Sie bald treffen werden. Okay. Rein hier. Schlüssel. Also hier oben rüber. Oh. Ähm, Bücken. 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 Schleichen. Oh. Danke, meine Ratten. Danke. Ihr habt sie. Oh. Ganz gefährliche Ratten. Boah, das ist ja ikelhaft. So. So, versteckte Ausrüstung. Da ist es ja. Was wird uns noch begegnen? Ratten auf der anderen Seite ist... Oh, shit. Hoffentlich killen die mich jetzt nicht. Oh. Komm, verpisst euch. Ihr Mistviecher. So, schwimmen wir. Wieso schwimmen wir so schnell? Egal. Hauptsache, wir erreichen das, was wir erreichen wollen. So. Versteckte Ausrüstung da hinten. Alter Schwede. Def. Okay, dann müssen wir das jetzt drücken, denke ich mal. Oh, komm. Geh weg. So. So. Danke. Ey, 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 ey. Okay, also komplett durchdrehen immer. Sehr wichtig. Da ist nichts. Nichts hinterlassen für uns. Hier. Dosenfutter. Münzen. Nichts. Okay. Dann gehen wir hier entlang. Ach, hier haben wir ja. Gehen wir hier entlang. Ah, hier ist ja. Offen. Ich blindfisch. Sollten die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirken bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Hm. Besser wär's. Aber ich will hier auch nicht unbedingt sterben. Aua, die Ratten sind ja... Hier. Ist das. Hier. Jetzt kann ich euch ganz schön töten. Alle. Stirbt ihr. Mist. Viecher. Jetzt habt ihr auf einmal Angst. Also Ratten muss man ablenken. Jetzt, das habe ich jetzt schon mal gecheckt. So, hier ist auf. Mal schauen, ob es hier noch irgendetwas zu erkunden gibt. Scheint wohl nicht so. Also, Füß in die Hand und los geht's. Zack. Achtung, Bürger von Dunborn. Der Attentäter Corpo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschmitten vom Thronerbein Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere taftere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. F. Und hoch hier. Jump. Kupferdraht. Naja, kann man mal gebrauchen. Äh. Aua. Naja, können wir alles mitnehmen. Kann man alles gebrauchen. Andere Seite. Andere Seite. Ähm. Zack, zack. Ab wo speichert das eigentlich? Muss man das selber? Ah, Spiel speichern. Neuer Spielstand. Okay. Das heißt, wenn man hier nicht speichert und irgendwie... Okay. Sehr viele Stolper fallen hier. Aber wie gesagt, wenn man hier nicht speichert, ist das nicht so gut. Gerade nachher mal schauen, ob es da irgendwo Autosave gibt. Mache ich jetzt. Optionen. Allgemein. Spieloberfläche. Irgendwie nicht. Ist seltsam. Ist seltsam. Okay, da ist nichts mehr. Okay, dann gehen wir jetzt wieder hier hoch. Apfel. Äh. Beutel. Fünf Minzen. Sonst noch irgendwas? Leere Flasche brauchen wir nicht. Ah. Seien Sie gegrüßt, Corvo. Oder sollte ich kaiserlicher Schutzer sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind Diener des Kaiserreichs und der wahren Kaiserin. Eine Gruppe von Kaisertreuen, die sich sehr gerne mit Ihnen treffen würden. Nehmen Sie diese Waffe für Sie aus den feinsten Materialien der Insel hergestellt und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe der Abflussruhe. Die in der Warhaven führen. Warhaven. Zürich, also nicht. Viel Glück. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Äh, danke. Sehr. Danke.